17 Jahre jung und so allein Und sie fragt, warum muss das so sein? Die Welt, in der sie lebt, ist kalt und leer Jemand, der sie liebt, fehlt ihr so sehr Sie sagt nichts ihren Eltern, die haben andere Sorgen Bis zu jenen Morgen, als für ihre Mutter eine Welt zusammen bricht Denn sie liest den Brief, den ihr Baby schrieb Oh, oh, oh Mami, ich gehe fort Es gibt einen Menschen, der mich versteht Und er liebt mich Ich hab sein Wort Was soll ich tun Ohne ihn Und zu Hause kann man nicht verstehen War es unsere Schuld? Wie konnte das geschehen? Hatte sie nicht alles, was ihr Herz begehrt? Es gab doch keinen Wunsch, den man ihr verwehrt Und an die Leute Was werden sie sagen Wenn sie hören Von diesem Brief Oh, oh, oh Mami Ich gehe fort Es gibt einen Menschen, der mich versteht Und er bleibt bei mir Ich hab sein Wort Und grüß auch der dich Und sage ihm Ich weiß, ihr habt alles Für mich getan So schreibt sie Doch verstanden Hatte mich nie Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020